Guten Tag, hier ist wieder euer Omni mit einer weiteren Tierliste. Diesmal schauen wir uns die ganzen Zauberbücher an, das wurde ja immer gewünscht. Und ich bin halt ein Mensch, der Wünsche Gerd erfüllt. Also, gehen wir die Ränge 1 an. Diese Tiermakerliste sollte alle beinhalten, wenn ich alles vergessen habe. Ja, ist mir auch egal, sagt aber sonst Bescheid. Das ist aber nicht schlimm, dann kann ich das sonst noch nachreichen. Sollte aber aktualisiert sein, wir sehen hier das von, wie heißt es nochmal? Also vom einen der Donnen Alchemie, also Alchemisten. Dann haben wir hier das Drachenbuch und das aktualisierte Nikomatenbuch. Also müsste das Neueste sein, auch mit dem neuen Patch, weil das Buch eben jetzt auf Rang 1 ist und nicht mehr Rang 2. Von daher schauen wir uns das Ganze da mal an. Also, Alchemistenbuch, Empires and Ashes, genau. Ich vergesse jedes Mal den Namen dieses DLCs. Naja, weiß ich nicht, weil er mich auch nicht so beeindruckt hat. Vielleicht ist es einfach so eine Abwehrreaktion von mir. Kann ich jetzt nicht genau sagen. Also, das auf jeden Fall haben wir. Wir haben verschiedene Zauber hier dabei. Wir haben einen Buff, also eine Einheitenverzauberung. Und wir haben ein Materium und ein Naturbuch. Generell schon mal sehr cool. Beide Affinitäten sind sehr stark. Das kann man schon mal so sagen. Wir haben dann eine Materialraffinerie dabei, was auch ziemlich cool ist, wenn ihr es schafft, viele magische Materialien in eurem Bereich zu haben. Entweder weil ihr Bock habt, diesen Sozial- und Gesellschaftsmerkmal dazu nehmen, wo ihr mehr magische Materialien nebenan schon habt. Denkt an, die sind aber eigentlich nochmal besetzt. Also, von daher ist es etwas schwierig. Aber, wenn ihr das hinkriegt, dann könnt ihr hier schon mal einen ordentlichen Vorteil direkt relativ früh am Anfang bekommen. Wobei ihr daran denken müsst, sowas kann man halt nicht buffen. Also, ihr könnt das nicht irgendwie billiger bauen. Von daher ist es schwierig. Dann haben wir hier so ein Belagerungsprojekt, was nicht schlecht ist. Da kriegen die vergiftet und schon mal Schaden. Das kann man auch durchaus nutzen. Und ihr kriegt mal Statuseffekte, negative Statuseffekte geläutert. Ja, finde ich ganz okay. Und dieses Miasma, das ist auch so eine Sache, habe ich eigentlich noch nie benutzt. Also, wenn die da rübergegen, werden die ja geschwächt. Ja, und haben betroffen. Finde ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, nicht so besonders. Aber, ja, kann man halt verschiedene Effekte auslösen. Und das Mysteriöse Tonicum, das ist eine Nicht-Aktionsfähigkeit, was ganz cool ist natürlich. Zwei positive Statuseffekte, was ganz nett sein kann. Und alle, oder, ne, ein negativer wird gelöscht. So, und die Quälerin, die ist ziemlich cool. Wir haben nämlich einmal Repetierarmbrust. Das heißt, wir haben einen wiederholbaren Angriff, der nicht nur physisch macht, sondern auch Verderbnis, was ganz gut ist. Reichweite ist halt Standard. Und wir haben noch einen starken Miasma-Schuss, der dieses Miasma, das wir eben schon erwähnt haben, halt verbreitet. Also negative Statuseffekte mitgibt und recht gut Schaden macht. Finde ich recht flexibel, mag ich sehr gern. Tatsächlich mag die Quälerin auch sehr gern. Und die Materialreffen-Agie. Den Rest, also Ausreuchung benutze ich ab und zu. Mein Rest, nicht so wirklich. Unterstützungs-Einheiten, wisst ihr ja. Nicht so mein Ding. Dann mal Alchemisten-Labor, was wiederum ziemlich cool ist. Ihr habt einfach Flat-Szenen-Wissen. Und das Coole ist halt, wo einzigartige Provinzverwässerung, also eigentlich alles, was drumherum ist, kriege ich dir nochmal drei dazu. Das heißt, ihr könnt damit am Anfang, wenn ihr dann die Materialraffinerie habt, plus das, egal was ihr jetzt spielt, können wir massiv Forschung im Vorteil kriegen. Deswegen starte ich sehr gern damit, weil eben gute Affinitäten, sehr viel Forschung und eine solide Einheit. Und deswegen ist es für mich auf jeden Fall schon ein sehr gutes Buch. Hätte noch so einen Damage-Zaum oder irgendwas noch beeindruckend was haben müssen, damit es jetzt top ist. Aber ich würde es auf jeden Fall, ja, man kann es auch eigentlich bei S einsortieren. Einfach diese Wissen zu bekommen, plus eine solide Einheit. Also A plus oder S minus, würde ich so sagen. Ich sage es mal einfach mal, wir sind ja im ersten Rang, da muss man daran denken, die sind jetzt nicht ultra stark. Dann gehen wir mal zum Buch der Tiere. Der Buch der Tiere ist natürlich deswegen cool, weil wir erstmal eine Wildsprecherin haben, die auf dem Pferd sitzt und ein Summoning hat. Also eine Beschwörung und Einheit haben kann, was sehr, 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 sehr gut ist. Wir können auch noch ein wildes Tier beschwören, was auch sehr stark ist. Einfach ein Tier beschwören zu können, gerade wenn man eben auf Naturstrategie geht. Und wir haben eine Volkstransformation, wodurch wir durch Tiere, aber auch wichtig, auch benachbarte Kavallerieeinheiten. Obwohl, ne, ist, glaube ich, nur nicht hier, ne? Ne, ne, ist nur Tier, obwohl, zählt das dazu? Geht man davon aus, dass es nicht so ist. Ich weiß, irgendwie hatte ich das auf jeden Fall noch so im Kopf, dass es auch für die Kavallerie zählt, weil die da als Tier zählen. Aber da kann ich mich auch irren. Und wir haben einen ganz coolen Anfangszauber, abgelenkt, belegt. Heißt, die werden eigentlich von allem flankiert und werden auch noch geschwächt durch die gespaltene Verteidigung. Auch sehr cool ist. Und hier, ach, das war es mit der Kavallerieeinheit. Und hier erhalten alle Kavallerie- und Tiereinheiten gestärkt Verteidigung und gestärkt. Was auch ganz cool ist, das kann man, habe ich mal damals in diesen Kulturvorstellungsdingens gemacht, wo die Bastionen auf der Spinne saßen, super stark. Also diese Zauber kannst du auch bis zum Ende durchnehmen. Also wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Ich finde es insgesamt ein sehr starkes Tablett, was wir haben. Wir haben nichts an Forschung dabei, deswegen, das ist natürlich das Schwierige, in Anführungszeichen. Wenn man dafür das Tierreservat, das heißt, wenn ich Einheiten bauen will, kriege ich ja durch Einberufung hier ein bisschen mehr. Und ich kann auch noch verschiedene Tiereinheiten bauen in meiner Stadt, was auch einzigartig ist. Und Rudelführung gibt es halt für Kavallerie- und Tiereinheiten, hier ist es wieder Kavallerie- und Tiereinheiten, Flankierer, also 25% mehr Schaden durch Flankenangriffe und 10% kriege ich Trefferchance. Sehr, sehr gut. Und Naturaffinität finde ich halt noch immer sehr stark. Neben Materium ist das so die stärkste, wobei eigentlich jedes so seinen Vorteil hat. Außer Ordnung, da gibt es eigentlich nur spezielle Szenarien halt mit Mobilisierung, was ihr euch ja auf meinem Kanal angucken könnt. Da läuft es auch ganz gut. Ja, deswegen würde ich das auch sehr hoch einordnen, auf jeden Fall. Also für mich sehr cool. Aber A+, weil wir keine Forschung dabei haben, wobei man da eigentlich in meinen Augen auch wieder wechseln könnte. Also man kann auch sagen, die sind auf einer Stufe, weil halt jedes seinen Vorteil bringt. Ich meine, Forschung ist immer gut. Das ist halt nur gut, wenn du wirklich sagst, ich spiele auf Tiere. Wenn du keine Tiere und keine Kavallerie-Einheiten hast, bringt es halt nichts. Das ist ja auch ein Grund, warum ich zum Beispiel die betriebsamen Kultur nach hinten gesetzt hatte ein bisschen, weil sie halt situativ ist. Wenn ich keine Gebirge, habe ich keine Felsen, dann bringt mir die Fähigkeit nichts. Und danach finde ich zumindest persönlich, muss man auch mal so ein bisschen gucken, ist trotzdem ein sehr starkes Buch. Also ihr könnt auch einen Abfluss sehen. Gehen wir mal auf Kryomantie. Ja, Buch der Kryomantie. Das ist so eins der Bücher, die ja immer diese Klassiker haben. Pfeile und Klingen. Wichtig ist halt, die haben jetzt Frostschaden, dafür wenige physischen Schaden. Wir kriegen auch mehr gegen Befroren oder verlangsamte Einheiten. Da kann man ganz gut kombinieren. Kann auch ordentlich Damage machen. Die weiße Hexe, ein feuchter Versprecher, die auf jeden Fall Frostblitze hat und einen Gefrierstrahl. Der Gefrierstrahl ist jetzt nicht so stark wie die AOE-Fähigkeit von Pyromanten zum Beispiel. Von daher ist sie ganz okay. Ist aber eine Kampfmarke-Einheit. Kampfmarke-Einheiten sind immer ganz gut am Anfang. Ich finde sie aber, wie gesagt, nicht so stark wie jetzt andere Fernkampf-Einheiten oder Kampfmangel-Einheiten. Dann kriegen wir noch einen Schaden-Zauber. Das ist immer ein ganz gutes und halt wieder ein guter Beschwerungs-Zauber. Schneesturm ist auch nochmal Schaden. Also wir haben zwei Schäden hier. Ich glaube einmal das ist genau Strategie-Karte und das ist im Kampf. Immer ein einzelnes Ziel. Hier die ganze Armee natürlich. Und wir kriegen noch den Schneegeist dazu. Der auch ganz cool ist, weil diese Gefrierexplosion schon ziemlich nerven kann. Denn wir können Gefroren einsetzen. Und Schule der Kyromantie ist sehr cool. Plus 10 Wissen. Und wir kriegen 3 Mana pro Provinz. Schnee oder Eis drumherum. Ist sehr situativ. Ist nicht so gut halt wie jetzt beim Alchemisten. Der Alchemist könnte halt immer hinhauen hier. Das müsst ihr halt wirklich rein spielen. Von daher finde ich das nicht so stark. Schaden-Affinität ist ganz cool, weil wir am Anfang diesen Krieg-Wissen durch Helden-Kills bekommen. Das ist immer sehr stark. Ja, wir können halt einfach Frostwaffen auf unsere Helden einsetzen. Ist deswegen nicht ganz so was Besonderes. Also schlecht sind ja, wir haben jetzt wieder die Sache. Schlecht sind ja, ist ja kein Buch. Aber es ist halt nicht so spektakulär. Es ist halt eins von den vielen. Und wenn ich dann vergleiche mit den anderen, die die Gleichfähigkeit haben mit dem Klingeln und mit dem Pfeilen, finde ich das am schwächsten. Auch weil das Gebäude, das man bekommt, recht schwach ist. Auch wenn ich natürlich eine Beschwörung, Schworene, einer kriege. Aber das kriege ich jetzt zum Beispiel beim Kyromantie. Können wir jetzt einfach mal nach vorne holen. Kriege ich das ja genauso. Genauso wie beim Wurzelbuch. Da kriege ich auch eine ziemlich coole Beschwörung. Von daher, also sogar zwei eigentlich. Eine im Kampf und eine außerhalb. Von daher gehen wir doch einfach mal zu den beiden direkt gleichzeitig über. Fangen wir mit dem Wurzel an. Ja, Rankengefängnis allein. Rankengefängnis ist derart krass gegen KI. Eine Multiplayer, klar, Boss hat nicht zu spielen. Die haben die auch verändert. Aber gegen KI ist das halt einfach wirklich bahnbrechend. Weil ihr dadurch einfach eine Chance habt, die komplett zu verwirren. Und das ist halt einfach super. Weil diese Verwirrung, die nutzt man aus, um dann stärker Einheiten zu töten und sonst irgendwas. Dann haben wir eine Heilung, was natürlich immer ganz nett ist. Und wieder die Klingeln und die Giftpfeile, die es mal vergiftet. Oder Verwesenen mehr zu fügen. Und hier die Fernkampf ein, gibt es halt wieder das Vergiften. Ja, ist halt, die sind super, ne, dadurch halt einfach. Aber sind halt nicht super spannend. Und ich finde, das zieht auch so ein bisschen rein. Also ich würde es halt als erstes Buch nicht immer nehmen. Verderbensklingen und Giftpfeile sind halt nachher sehr gut. Weil ihr dann einfach nur noch Buffs decken wollt. Aber am Anfang sind sie halt so lala. Haben wir einen Rankendino, der ist auch noch ganz nett. Ist nicht super stark, aber ist okay. Der kann sich auch entwickeln zu diesem Schildpflanzen, zu dieser Schildpflanzeneinheit. Ich glaube, umrangter Beschützer kann das sein. Müsste wahrscheinlich sein. Und hat so ein klassischer Splenker, halt einen Angriff, der auch vergiftet beursachen kann. Folterladen ist ganz cool, weil wenn ihr im Wald oder Sumpf seid, kriegt ihr schon ordentlich was dazu. Das mit dem Heilen, ja, ist jetzt, weiß ich nicht. Aber die Nahrung und das Mana kann man schon mal mitnehmen. Ist aber jetzt auch nicht so überwältigend wie jetzt zum Beispiel beim Alchemisten. Und natürlich Giftwaffen, ihr kennt das Prinzip. Kriegen die Helden dazu. Das heißt, das Rankengefängnis ist hier eigentlich das, was es so sehr stark macht. Alles andere ist halt, ja, ist okay, ne. Ja, ich würde schon ein A- reinsetzen, weil halt einfach dieses Rankengefängnis gegen die KI, ne. Ich denke, ich spiele immer, oder ich spiele nur mit der KI. Ich habe leider keine Freunde, die mit mir echt schon von uns spielen. Von daher geht es nur um die KI. Und da muss ich nochmal schnell einen Schluck Kaffee nehmen, um meine Tränen zu verdrängen. Und da ist es halt, ja, eigentlich könnte man es auch schon bei B nehmen. Das Rankengefängnis ist halt super. Aber wenn ich jetzt so Multiplayer, weiß ich nicht. Also Buffs sind immer super, ne. Deswegen kommen die halt niemals jetzt C oder D. Weil ihr werdet halt alle Buffs nachher brauchen. Wobei ihr ja mittlerweile mit dem neuen System der Bücher ja auch nicht mehr schafft, alle Bücher zu erforschen. Denkt daran. Das heißt, ihr könnt nicht mal wie früher einfach 1, 1, 1, also jedes T1 Buch spammen. Und dann jeden Buff mitnehmen. Das ist halt nicht mehr drin. Deswegen müsst ihr immer gucken, welches nehme ich mit? Welches kann ich mir noch leisten? Und da würde ich sagen, ist Pyromantie schwächer als das. Obwohl Verderbensschaden natürlich gegen viele ein und auch wieder weniger Schaden macht. Aber das ist natürlich wieder ganz intuitiv. Da müsst ihr gucken, was habt ihr auf der Map, was habt ihr vorher eingestellt und worauf wollt ihr gehen. Dann gehen wir mal zum Pyromantien, wo ich eigentlich direkt zusammen abhandeln. Ja, Buch der Pyromantie. Wieder das selbe Prinzip, Klingen und Pfeilen. Und diesmal mit Brennen, könnt ihr euch vorstellen, brauchen wir nicht nochmal drauf einzugehen. Aber wir haben die Pyromantin und die ist super stark. Die hat eine AOE-Fähigkeit, kostet zwar alle drei Aktionen, aber damit hat man einen super guten Anfangs-AOE-Schaden. Und AOE ist halt super stark. Wenn ihr schon mal bei mir Videos geguckt habt, wenn nicht, guckt bitte. Dann wisst ihr, was das bedeutet. Ihr könnt halt so wegradieren. Gerade hier, wo habe ich es gemacht, bei dem genau Vasal-Mobilisieren, da hatte ich auch mit Kampfmajern gespielt. Leute, das ist halt wirklich brutal. Guckt euch einfach mal an, was man da ausradieren kann, auch wenn die Gegner auch recht gute Armeen haben. Ihr könnt halt wieder einen Geist beschwören. Der kann sich auch entwickeln, ganz wichtig. Und wenn der sich entwickelt, kriegt ihr auch diese krasse AOE-Fähigkeit. Das ist sogar noch stärker als die hier. Was halt sehr, sehr, sehr mächtig ist. Und dann habt ihr halt Einzel-Damage, AOE-Damage und wie gesagt, die beiden anderen Dinge. Dann haben wir Ritual-Schalterhaufen, Mana und Mana-Professorei. Ja, ist okay. Chaos-Affinität wäre jetzt für mich nicht immer so wichtig. Bin nicht so der ultra-aggressive Spieler. Also ich kann schon aggressiv spielen, aber ich spiele lieber über Wirtschaft, dann aggressiv. Als einfach zu sagen, ich gehe mal Chaos auf T1-Einheiten und so. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Da werden gleich Leute, wenn ich hier auf Buch der Horde eingehe, sowieso wieder aufs Rasten. Weil sie da sagen, das geht ja gar nicht. Aber ich bin halt einfach, ich spiele das so gut wie nie. Weil es einfach nicht mein Spielziel ist. Und ich meine, ich kann ja kein Video rausformen, was irgendwie objektiv ist, weil ich nur ein Dulli bin. Ja, also wenn ihr objektiv das haben wollt, müssten wir halt wirklich Stats aufrechnen, mathematischen und so einen Scheiß. Das machen wir ja natürlich nicht. Deswegen kriege ich ja nur meine Meinung. Das Buch auf jeden Fall, um wieder zurückzukommen, mein Rant wieder zu vergessen, ist sehr stark. Chaos, wie gesagt, brauche ich es nicht. Aber insgesamt Pyromantin ist eine super, super starke Start-Einheit. Wenn ihr die Viecher hier mit Evolution zum Beispiel spielt, krankhaft gut. Oder wenn ihr einfach generell die am Leben erhaltet, super cool. Und die Schadensfähigkeiten sind halt auch sehr gut. Ist nicht so gut wie Alchemie in meinen Augen noch immer, aber kommt stimmt schon sehr, sehr nah. Ja, ja, also ich bin Pyromantin, ja komm, mach mal auch S. Also ich finde es sehr, sehr stark, einfach eine Kombination. Und das ist halt immer stark. Klar, wenn ihr jetzt nicht auf Kampfmagier spielen wollt, weiß ich nicht, habt ihr zwei Kampfmagier, die bekommt. Aber die Schadenszauber schon allein sind nicht schlecht. Oh, da kann man auch A-plus sein, weil es gibt ja kein Wissen dazu. Ach, ich weiß es nicht. Schwierig, schwierig. Also auf jeden Fall A-plus oder S-minus. Nehmen wir einfach mal A-plus. Fühle ich jetzt einfach mal mehr. Und dann gehen wir auf Verzauberung, glaube ich, ist das. Ja, müsste es sein. Das Buch der Verzauberung. Kupfergolem beschwören. Er war früher, natürlich kann ich jetzt schon mal spoilern, eines der besten Bücher. Einfach wegen den Sucherfeilen. Haben sie jetzt nach hinten geschoben. Ist auch irgendwo richtig. Aber dafür ist die Verzauberung halt irgendwie Crap. Also klar, positive Startseffekte. Ja, nicht schlecht, glaube ich. Mit zwei Einheitentypen und dann zehn Schaden gegen magischen Ursprungs. Ja, langweilig, ehrlich gesagt. Dann haben wir eine Verzauberung, die auch wieder nur auf eine Einheitentyp geht. Natürlich könnt ihr darauf spielen. Und die ist auch nicht schlecht. Weil ihr halt wenig Magie-Schaden bekommt. Dann haben wir die gespaltenen Klingeln. Das heißt, ihr habt natürlich hier richtig viele Verzauberung. Also richtig viel. Drei Stück statt zwei. Ist auch nicht viel mehr, aber es ist mehr. Und hier haben wir gespaltene Verteidigungen. Ja, ist halt auch okay. Ich weiß nicht. Ich fand das nie cool. Die spaltenen Klingeln haben ich irgendwie nie hohe Priorität gehabt. Ich bin aber auch so ein Dulli, der hauptsächlich auf Damage spielt. Und ich denke aber auch, dass es sich bisher immer ausgezahlt hat. Nach meinen Erfahrungen, dass Damage einfach wichtiger ist als jetzt hier einmal gespaltene Verteidigungen. Gerade diese Einheitentypen außer Plankler. Und die gehen ja nicht in Nahkampf im Idealfall. Also außer, ja, Schock, doch, Schockeinheit. Stimmt. Aber generell, der Großteil dieser Einheiten wird halt nicht so mein Damage-Dealer sein. Das muss man schon, wenn, schon bei Schockeinheiten sehen. Ansonsten nix. Und erweckte Werkzeuge, finde ich sehr cool. Ist ein sehr guter Zauber, wenn ihr ihn relativ früh kriegt. Schatzstabilität ist ja egal. Aber 20 Produktionen, 20 Einberufen. Kupfergolem ist am Anfang ganz nett. Kann sich auch weiterentwickeln zum Bronzegolem. Ja, kann man machen. Aber ich muss da ganz ehrlich sagen, für Romantens so finde ich stärker. Es kommt aber wieder darauf an, was habt ihr am Anfang. Habt ihr am Anfang viele Zauber, also Fernkämpfer, dann könnt ihr euch das ja mal gönnen. Aber ich weiß nicht. Ich finde es mit dem Nerf hier nicht mehr so gut. Also ich habe es früher fast immer genommen. Also wirklich immer. Mittlerweile finde ich es einfach nicht mehr so gut. Nachdem ist Runenschnitzelager. Steinbrüche sind für mich auch sehr wenig geworden. Aber auch sehr situativ. Aber drei Mana auch nur. Ja, und Einberufung ist cool. Aber nicht so super cool. Also nicht so super relevant in meinen Augen. Wir haben halt die gespaltenen Schläge. Nicht mal irgendwie Damage, sondern hier einfach dieses Zufügen von gespaltener Verteidigung. Natürlich Affinität ist sehr hoch. Aber ansonsten, ja. Ja. Ja, C würde ich jetzt keins reinsetzen. Ich finde das irgendwie affig zu sagen, hier ist irgendwas total D. Ich würde sogar, mittlerweile würde ich sogar mal C reinsetzen. Den Koffer und Golem kann man glaube ich auch nur bauen, was halt auch sehr schlecht ist. Komm, machen wir mal C+. Ich will einfach meinen Unmut darüber ausdrücken, dass die Suche für alle weg sind. Und ich die anderen Verzauberungen halt viel zu nischenhaft finde. Viel zu speziell. Obwohl die Affinität natürlich nicht schlecht ist. Egal. Könnte mich ja erschlagen. Die paar Zuschauer, die können mich gerne nochmal auf hinweisen, dass ich ein völliger Idiot bin. Das ist vollkommen in Ordnung. Dann gehen wir weiter auf, ich glaube, Heraufbeschwörung. Nehmen wir mal direkt die Astraldinger nach vorne. Jawohl, Heraufbeschwörung. Und dann haben wir Blitzklingen. Diesmal was Neues. Wir haben Blitzklingen. Also wieder typisch, ne? Richtig elektrifiziert und so weiter. Händen wir jetzt mittlerweile. Wir haben den Blitzbogen, den ich sehr schwach finde. Also ich weiß nicht, ob es, weiß nicht, kam mir nie so krass im Impactful vor. Also so beeindruckend wie das Feuer. Fand ich aber im Helden immer schwächer als die Feuerattacken. Aber kann auch nur meine Meinung sein. Und Blitzfokus ist halt was Neues, weil wir hier mal einen Kampfmagier buffen. Da kriegt ihr zwei Blitzschaden. Könnt elektrifiziert einwenden und so. Das ist sehr cool. Natürlich auch nur wieder, wenn ihr die beiden Einheitentypen benutzt. Aber ihr habt halt dafür hier nochmal mit alle Einheiten außer Fernkampfeinheiten. Und hier dann nochmal die beiden. Also das heißt, ihr habt alles gebufft außer Fernkampfeinheiten, was eine ganz coole Sache ist. Ja, kann man mitnehmen. Dann haben wir hier AOE Damage. Einzeldamage, also Feindarmee Damage, das haben wir auch schon mal gesehen. Sturmgeist ist halt Sturmhieb, deswegen nicht so toll. Also finde ich, Schockeinheiten gibt es halt wesentlich besser als sie, von daher nicht so toll. Die finde ich ja mittelmäßig, wie gesagt. Aber ist natürlich auch cool. Jede Kampfeinheit hilft. Wenn ihr unbedingt Astral haben wollt, sich irgendwie nur bei bestimmten Strategien sinnvoll finde, dann haut er es ruhig rein. Kein Problem. Aber jetzt nichts Besonderes. Und hier natürlich Nexus nehmen an. Das ist natürlich viel schwieriger als Fürsterei, Steinbruch oder wie bei Alchemistenbuch. Einfach alles, was drumherum ist. Von daher auch nicht so stark. Ja. Und die Blitzwaffen heißt halt, wir kriegen wieder mehr Schaden. Finde ich, ja, durchständlich. Machen wir direkt mal Abwehr weiter. Weil wir schon mal beide Astralbücher hintereinander haben. Oder ich sie da hintereinander gesetzt habe. Ich kriege ein Phantomkrieger. Der ist sehr cool. Mit dem könnt ihr auch wirklich lange tanken, weil er einfach natürlich als ätherisches Wesen relativ beefy ist. Kann also ganz gut tanken. Der kriegt ja auch alle eure Transformationen mit ab. Das ist auch ganz cool. Das heißt, ihr könnt die auch in eure Kultureinheit dann buffen, was ich sehr stark finde. Und der macht halt einen guten Schaden hier mit 12, also 6 physisch und 6-Bit-Schaden. Ja, sonst kann ich auch noch eine Fähigkeit. Schäbe der Abwehr. Ja, sind wir wieder bei Unterstützungseinheiten. Finde ich nicht sinnvoll. Wie gesagt, natürlich bei so Sachen, wenn man nur Unterstützung spielt. Ja, sonst finde ich es nicht gut. Können mich gerne korrigieren. Unverbundbarkeit ist ganz nett, weil man dann halt eine Einheit irgendwie einmal so saven kann. Ist halt, ja okay, nutze ich. Aber denke ich immer, ach, ganz cool. Aber eigentlich haben wir immer andere Prioritäten. Von daher wird es sehr selten genutzt. Magischer Schutz ist ganz gut. Weil wir eine Fondstransformationen haben, die viele Schwächen ausbalanciert mit dem Wiederschneiber wieder. Ist das das, was ich auf... Oder würde ich das nehmen und für etwas anderes aufgeben? Für diese Fähigkeiten? Hm, ich weiß nicht. Und statischer Schild ist einfach, dass sie hier dieses Betäuben auslöst, was ja auch die Imps, die Wisps haben und die verschiedenen Astralwesen haben. Aber ist auch ganz nett. Aber ihr merkt schon, ist nicht so mein super Ding. Auch das hier, Unterstützungsfähigkeiten von einem Helden. Ich spiele halt einen Helden... Ja doch, doch. Wenn sogar Unterstützung, dann von einem Helden. Das stimmt schon. Aber es ist halt eingestärkter Widerstand. Keine Ahnung, wie oft benutze ich dann. Also ist sehr mittelmäßig. Das heißt, nur der Krieger macht es halt ganz okay, finde ich. Ja. Das heißt für mich, das ist C. Ist halt sehr speziell, natürlich anzuwenden. Und hier was mit dem Blitzkling und so. Der Haufpuff-Schwörer ist okay. Geht somit Kyromantie in einem Rang, würde ich sagen. Ein bisschen höher vielleicht, weil wir halt wenigstens eine AOE-Fähigkeit haben. Aber ich finde halt AOE-Fähigkeiten besser. Ja, wenn ihr eine coole Noob-Strategie habt, wo ihr einen Großwesen runterhaut, ist das auch cool. Ich denke aber, dass das gut in B platziert ist. B heißt nicht schlecht. B heißt ja immer gut. B heißt halt so, ja, nimmt man mit. Aber ist jetzt kein Game Changer. Gerade bei den ersten müssen wir halt immer daran denken, das sind die, die ich als erstes wählen kann. Wer hätte es gedacht. Und dann ist natürlich sehr wichtig, wie meine Strategie aussieht. Was ich denn da jetzt nehme. Deswegen ist B jetzt nicht schlecht. Aber ich würde halt selten die als erstes nehmen. Über diese hier oben. Ja, dann gehen wir auf Drachenbuch. Also Evolution ist das ja. Ja, Evolution finde ich ganz cool. Also dieses Buch an sich hat schon sehr großen Impact, wenn ihr halt die Strategie spielt. Alles andere nicht. Also wenn ihr keine Evolutionsanheiten spielt oder keine Evolutionsstrategie verfolgt, kompletter Schwachsinn. Ihr kriegt halt eine Verjüngung, die sehr stark ist, wenn ihr eine Evolutionseinheit drin habt. Weil 36 Heilung plus gestärkt und Wiederauferstehung, was halt komplett krass ist. Das ist wirklich krass. Von daher sehr cool. Also sehr stark auch für einen T1-Buch finde ich. Aber es muss auch sein, weil ihr kriegt die Entwicklung. Das könnt ihr auch bei meinem Let's Play wieder nachhören. Oder bei diesem geschnittenen Spiel, wo ich ja euch erklärt habe, wie die Strategie aussieht, wo ich hin will. Dass ich ja mit Ordnung und so weiter das machen will. Dann ist das cool. Natürlich in allen anderen Fällen ist es halt nicht so gut. Aber es ist trotzdem an sich schon sehr stark. Er hat sehr viele Effekte, wenn ihr es gut nutzen könnt. Schleckende Jungen sind sehr cool. Die mag ich sehr gerne als Einheit. Die anderen, die Wirwern-Jungen, nehme ich eigentlich nie mit. Aber Schlängler sind cool. Einfach weil sie schon, das sieht man jetzt hier nicht, Entschlüpfen haben. Wodurch sie halt einmal sozusagen unsterblich sind für eine Runde. Was sehr, sehr gut ist. Und halt Fernkampf und Nahkampf haben. Ja, dann die Verzaugung. Natürlich mehr Erfahrung für die Evolutionseinheiten. Genau, wir können auch Entschlüpfen bekommen. Und nur Stufe 1 und Stufe 2. Das hat der Schlängler-Junge, glaube ich, auch so schon. Ist das falsch? Nee, der große Schlängler hat das ja auch. Nee, ist richtig. Aber hier könnte man das halt den anderen, die sich entwickeln können, wie den Magmageist. Habe ich auch in dem Spiel gehabt. Guckt es euch auf jeden Fall mal an. Sehr cool, sehr, sehr cool. Könnte dem kleinen Magmageist auch immer eine Chance geben zu überleben, wenn er ihn falsch gestellt hat oder so. Dann das hier ist okay. Drei Trefferpunkte pro Einheitenrang. Ist halt, ne, welche, also so ein Tyrannenritzer fällt mir ein für eine Kultureinheit, die das bekommt. Und ja, der Adlerreiter, okay, der ist schon ziemlich cool. Der heißt ja jetzt auch mittlerweile anders, der Adlerreiter. Irgendwas Schild der Ortenung. Nee, ach, genau. Auf jeden Fall, dieser ist ganz gut, weil er halt den 12 HP dazu kriegt. Aber es ist halt so ein, ja, nice to have. Nix, wo ich jetzt drauf mich spezialisieren würde. Und den Vibern, wie gesagt, benutze ich eigentlich so gut wie nie. Ich gehe, wenn ich hier spiele, dann nur auf die Schlängerjungen. Und er kriegt Hürte. Dadurch wird nochmal diese Evolutionsfähigkeit krasser gebracht. Also schon sehr cool, dieses Paket von dem Buch hier ist schon sehr, sehr gut. Aber es ist halt nur in einem Fall gut, wenn ihr Evolutionseinheiten spielt. Da gibt es aber auch einige. Könnte man die Liste gucken. Ich war auch selber verblüfft, als ich für das Let's Plata geguckt habe. Und das ist schon mehr, als man denkt. Von daher kann man da richtig coole Strategien fahren. Aber die sind natürlich sehr, sehr speziell. Und sobald ihr dann auch entwickelt habt, fallen ja alle Fähigkeiten hier raus. Und dann fällt das hier raus, fällt das hier raus. Also mit der Stärkenvariante. Der Hürte fällt raus. Dann bleibt nur noch das hier übrig. Das heißt, dann habt ihr nichts mehr. Es gibt auch kein besonderes Gebäude. Und deswegen sehr situativ. Ja, ist deswegen schon... Ich finde es als Anfangsding, wenn du halt darauf spielst, super cool. Ding A-. Es könnte auch irgendwie S sein. Wenn ihr die Strategie spielt, ist es halt S, weil es halt alles bringt, was ihr braucht. Ihr habt Einheiten. Ihr habt Survivability, also Überlebensfähigkeit. Ihr habt Buffs. Ihr habt Stärkungen. Ihr habt mehr HP für eure Einheiten, die dann nebenbei noch sind. Also es ist schon sehr gut. Aber halt nur für diese Strategie. Oder halt, wenn ihr so ein bisschen damit rumspielen wollt. Fällt dann aber auch im Late Game komplett ab. Muss man ganz einfach sagen. Dann könntest du also auch bei B-Plus einpacken. Ich finde es aber schon trotzdem insgesamt ein sehr cooles Buch, weil es halt, wie gesagt, ein T1 ist. Ihr wählt es direkt. Und das macht natürlich sehr, sehr viel aus für euren Spielstil. Dann gehen wir auf die Ordnungsbücher noch ein. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, welche das waren. Ihr wisst aber, was ich meine. Buch des Eifers und des Glaubens. Gehen wir mit Glauben zuerst. Biete vor allen Dingen, wenn ihr Vasallen-Mobilisierung macht. Hier wegen diesem geläubigen Geflüster. Ist ganz cool. Dann kriegt ihr eure Vasallen schneller. Ich glaube, das Spiel aber auch fast keiner. Also ich spiele das ja sehr gern. Aber sehr nischenhaft natürlich. Seelsorger. Ja. Unterstützungs-Einheiten erkenntet ihr. Kriegt halt viel HP dazu und könnte irgendwie segnen. Ja. Aber würde ich niemals nehmen, ehrlich gesagt. Da würde ich mir immer einen Kampf mag. Ja. Einen Fernkämpfer. Ein Schild-Einheit. Eine Pick-in-Einheit. Alles andere nehmen, wenn ich nicht gezwungen bin dazu. Zornes-Gläubigen. Ja. Kriegt ihr halt Schaden plus alle Gläubigen geben. Nochmal 5 dazu. Das heißt, ihr könnt bis zu, wenn ich jetzt nicht falsch liege, 40 dazu bekommen. Also 50 Schaden. Heißt, dieses Ding ist natürlich bis zum Ende wirklich noch nutzbar. Das könnt ihr auch noch gut durchführen. Und wenn, finde ich wiederum cool. Wenn ihr so eine Stadt-Stabilitäts-Strategie spielt. Mache ich ja auch mal mit Vasallen-Mobilisierung. Sehr stark. Weil ihr einfach relativ easy. Ja, relativ. Also wirklich relativ easy. So 10, 15, 20 Forschung pro Stadt haben könnt dazu. Mana. Was sehr cool ist. Guckt euch auch da wieder das Vasallen-Mobilisierungsspiel an. Das ist, also was ihr da für eine Wirtschaft habt mit dem Bild, was ich da gemacht habe. Ja, das ist wirklich göttlich. Also macht richtig Bock. Dann haben wir eine Heilung. Ja, ihr könnt einfach eine Heilung auf der Strategie-Karte heilen. Und Stärbe der Heilung. Ja, dann kriegen sie halt heile Berührung. Kostet keine Aktion. Dadurch ist es ganz okay. Ja, aber Unterstützungseinheiten. Also ich finde es, ja. Es ist nur für die eine Sache gut. Aber wir haben die Abteil dabei. Was sehr gut ist, wenn ihr nicht mit Farmen spielt. Zum Beispiel als Voldar. Was ich auch mal sehr gerne mache mit Vasallen-Mobilisierung. Dann könnt ihr relativ gut so auf 19, 22 Forschung kommen. Was extrem stark ist. Von daher kann man das schon spielen. Aber auch wieder sehr nischenhaft natürlich. Eilende Berührung kann der Held bekommen. Ja, wer interessiert es. Und ja, wie gesagt, Affinität, Ordnung ist so... Nicht so geil. Also nicht so toll. Das ist halt irgendwie... Ja, würde ich am Anfang niemals spielen. Sind wir ehrlich. Also ich würde es auch niemals als erstes, glaube ich, wählen. Ich glaube, selbst in meinem Vasallen-Spiel habe ich das nicht gemacht. Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Vielleicht wegen Gläubigsgeflüster. Aber auf jeden Fall ist es sehr selten, dass ich das so machen würde. Ja, Convent ist ganz nett. Zorn der Gläubigen kann halt auch bis zum Endgame noch gut sein. Man müsste halt drauf spielen, auf diese Gläubiger-Geschichte. Ansonsten bringt es jetzt gar nichts. Und die Abtei ist gut. Ja, deswegen irgendwo B. Halt wieder nischenhaft. Kann man auch C sagen eigentlich, weil es... Weiß nicht. Die Abtei ist halt cool. Man hat halt was, wo man wirklich viel forschen. Forschung ist halt so wertvoll. Darf man nicht vergessen, weil wenn ich wirklich Spiele habe, wo ich mit 50 Runden richtig brutal die KI, auch brutal, also sehr schwer, auch überwältigen kann, ist es immer, weil ich eine sehr hohe Forschung habe. Also weil ich sehr hohe Forschung habe oder eine sehr spezielle Strategie, die sich genau auf bestimmte Forschungen aufbauen. Von daher. Also B-3C+, würde ich so rum sagen. Könnt ihr eure Meinung mal sagen. Jetzt gehen wir noch auf die Erdwesengeschichte ein. Horde. Ja, und stimmt. Die andere Ordnungsbuch zuerst mal. Buch des Eifers finde ich eigentlich ganz cool. Natürlich auch wieder so eine, machen wir hier, aggressive Strategiebuch. Aber ich nutze das auch gern so, weil Eifer generell halt cool ist, weil ihr einfach mal zwei Schaden dazu macht und ihr könnt verurteilt zu einer noch mehr Schaden zufügen. Ist auf alles anwendbar, außer halt Magier und Unterstützer, was ganz cool ist. Ja, die Verdammung ist halt dasselbe wieder. Kriegt halt 15 Geistschaden verurteilt. Also sehr ähnlich zum anderen Buch, nur halt nicht so scalend. Also kriegt wirklich nur 15 Schaden, das war's. Fanatiker finde ich sehr cool so als, einfach mal zu beschwören. Ihr habt wieder eine Kultureinheit, die ihr beschwören könnt. Einfach so mitten aufs Feld. Du hast es ähnlich wie den Fantastischen Krieger halt sehr cool mal. Ist aber natürlich nicht so stark, weil er halt nicht ätherisch ist. Aber trotzdem eine ganz nette Sache. Ich weiß, dass ich damit schon öfter mal so aggressive Spiele gespielt habe, wo ich nur Fanatiker beschworen habe und dann voll drauf. Das geht schon durchaus. Fanatiker Arbeitskräfte ist auch cool, weil 60 Produktionen, 20 Nahrung ist natürlich bitter. Kann man aber auch wieder sehr gut mit dem Feudalen spielen in den Nahrungslord und haut da diesen Zauber drauf und hat dann netto einfach 60 Produktionen dazu, was sehr cool ist. Aber denkt dann, es ist alle drei Runden zu wirken und dadurch total ätzend und nervig. Nur, dass das schon mal Bescheid ist. Und ja, Moral und Gestärkt habe ich auch mal im Vasal-Mobilisierungsspiel genommen, einfach weil mehr Schaden ist halt sehr gut, wenn wir halt über Eifer verfügen. Was man relativ gut auch mit den höheren Büchern machen kann. Da haben wir Zirkel des Eifers. Da kriegt man mehr Einberufung. Ja, und Stadtstabilität pro Angreize-Provinzbebesserung ist ganz nett, aber ja, nichts Beeindruckendes. Und hier Verurteilt, Belegen, ja, ist okay. Also, ich mag den Zauber hier ganz gut, ganz gerne. Ich mag die Beschürung ganz gerne, aber insgesamt ist es ein okayes Buch. Einfach auch wieder Ordnung halt. Ja, deswegen, also ich würde sogar noch ein bisschen schwächer als das hier liegen, weil der Konvent plus Abtei schon sehr viel cooler sind als das hier. Deswegen kommt das in C. Ich glaube sogar hinter den anderen. Also irgendwie so im C-Bereich sind jetzt alle nicht Minus, Plus. Ich glaube, ich weiß nicht, einfach C. Also passt ganz gut. So, dann haben wir noch Erdwesen oder Gestein, egal. Ja, Gargoyle finde ich nicht so gut. Ist recht beefy, das schon. Ist halt eine Schockeinheit. Ich mag Schockeinheiten, nur wenn ich wirklich draufgehe von der Kultureinheit her. Aber natürlich, ah ne, ihr müsst auch bauen. Das ist auch ein Problem, stimmt. Nicht beschwört, ich dachte schon. Ja, Erdwesen ist, ja, nett. Könnte auch schnell über Berge, kriegt eine Verteidigung. Kann man nebenbei mitnehmen. Ja, Gesteinssturm, ein bisschen Füßen schaden. Ja, nett. 30 ist ganz okay für den Anfang. Kann man auf jeden Fall benutzen. Steinhaut gibt halt wieder viel Verteidigung. Ja, warum auch immer man dann weniger Geist, mehr Geistschaden bekommt, keine Ahnung. Ja, und Steingeister sind mittlerweile sehr cool. Die waren ja früher, meine ich, keine Schildanheiten, sind jetzt Schildanheiten. Und gerade der Dicke, der ist brutal. Weil er halt so eine AOE-Reinport-Teleportierfähigkeit hat und danach noch eine AOE machen kann. Müsste halt upgraden, ne. Deswegen, schwierig. Und dann haben wir den zentralen Steinbruch, kriegt er Produktion. Produktion ist natürlich auch immer super. Wenn ihr wirklich auf Steinbrüche spielt, ist das eine sehr gute Sache. Ich finde es insgesamt, ja, gute Affinität halt, ne. Kriegt Obsidianwaffen, kriegt auch eine Blutung hinzufügen. Deswegen, wenn er auf Steinbrüche geht, wirklich viel rausholen. Und wie gesagt, der Steingast ist cool. Ja, aber insgesamt ist ein okay Buch. Mal so B- einordnen. Dahinter, davor. Keine Forschung und sowas. Aber gut, ne, er ist schon davor, weil man halt durch die Produktion schon massiv was steigern kann. Jetzt kommt das Buch der Horde. Natürlich wollen wir alle Estas sehen. Dann gucken wir uns das mal einfach mal an. Ja, wie angedeutet, ich spiele es persönlich überhaupt nicht gern. Weil es mir irgendwie zu, ey nicht, das ist so, das spielt jeder. Also damals, als es rauskam, hat jeder YouTuber, jeder Mensch, der ein Video darüber gemacht hat, erst mal Horde, Horde, Rattenhorde, Rattenhorde. Also da, ich bin da so ein Mensch, der dann einfach direkt abgestoßen wird. Aber das ist vielleicht noch mein Problem. War uns natürlich cool, weil er halt diesen Hund beschwören kann. Das ist halt sehr stark einfach. Ich meine, aber es ist nicht mehr so, glaube ich, dass er direkt mit beschwören wird, wenn er kämpft. Sondern man muss ihn jetzt auch wirklich als Fähigkeit beschwören. Bin mir auch nicht sicher. Kann auch sein, dass es wirklich tatsächlich einfach dazu macht. Was ich halt total bescheuert für ein T1 Buch. Ein bisschen übertrieben, aber damit alleine könnt ihr eure 3-Stacks in, wenn ihr nur Hundemeister habt, in 6-Stacks verwandeln. Fast, ne. War schon, wenn ihr zum Beispiel den Golem-Diener dazu noch habt. War schon sehr krass. Ist eine Einschlussfähigkeit, auch ganz cool. Markiert. Ja, ne, wenn man da irgendwie markieren kann. Ich glaube, die Hunde können auch markieren. Ich weiß nicht genau. Ja, genau. Und ja, Freisteller ist ganz cool. Das habe ich auch sehr gerne benutzt, wenn ich es dann spiele. Weil man einfach irgendwelche Stufe 1 Einheiten bekommt. Um wieder wie bei dem Fanatiker einfach was nachzuschwören. Schwarmsippe ist natürlich auch super cool, weil wir halt 20% mehr Schaden haben. Wir kriegen wohl mehr Schadensverlust. Je mehr Schaden wir bekommen, ist ja klar. Ich mag super Wachstum lieber. Aber es ist durchaus verständlich, dass das eine sehr starke Volkstransformation ist. Da brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber so Einheiten, die auch keinen Verlust kriegen durch Schaden, ist das einfach nur krank. So ein Berserker oder sowas. Das ist schon sehr hart dann. Ja, eingestärkt ist halt, ja. Stufe 1 werden eingestärkt. Ist gut. Aber wie gesagt, spiele ich nicht sehr, sehr mit. Und ja, das ist halt ein bisschen Schaden. Auch da kann man sagen, ist gut. Und gerade wenn man überlegt, dass Pyromantik, glaube ich, nicht so viel Schaden machen kann potenziell. Bei Verbündeten zu den Einheiten könnte er durchaus mal 4, 5 haben. Dann ist das schon ein ordentlicher Schaden. Also deswegen kann diese Fähigkeit auch gut mithalten. Aber T1 Einheiten, ja, sind halt nur für den aggressiven Stil da. Danach verlieren sie sehr schnell an ihrem Zug. Und denkt dann, der Hundemeister ist ein T2 Einheit. Und Chaos ist halt, ja, wie gesagt, nicht so toll. Aber jeder muss da sehen, wie er spielt. Hier wichtig, Einheiten der Stufe 1 sind um 20% billiger. Das ist natürlich ganz cool. Kann man nichts zu sagen. Man kriegt hier aber nur Nahrung einberufen. Also jetzt auch nichts Überwältigendes. Könnt ihr halt die Einheiten da hinschicken. Aber ist okay. Und hier werden halt die Einheiten der Stufe 1 nochmal gebufft. Das ist natürlich auch ganz nett für die Leute, die das mögen. Ja, also das ist halt einfach schon allein. Also allein Schwarmsippe und der Hundemeister sind die extrem stark. Plus so ein scalender Debitge Spell. Und das ist halt sehr situativ, aber auch ganz cool. Das hier finde ich alles nicht so super. Also außer man spielt halt nur T1 Einheiten. Dann ist natürlich, yay, super toll. Ist nicht ganz so mein Ding. Aber klar, ist natürlich ein starkes Buch. Weil wenn man bedenkt, dass halt dieses Schwarmsippe super Wachstum kommt bei einem T3 Buch. Wo man ja mehr HP kriegt. Und hier kriegt man 20% mehr Schaden. Das ist halt wirklich bescheuert. Trotzdem für mich ist es halt irgendwo A. Sorry, wenn ihr sagt, es ist S pur, Digga. Nee, mir egal. Ich mach das nicht. Nee, ist nicht meins. Jetzt gehen wir zum Nekoman-T-Buch. Ja, wie gesagt, ist jetzt T1. War früher T2. Wir haben es ja schon mal gespielt. Super cool. Also der neue Nekoman macht halt richtig Bock. Da fühlt man sich wieder wie so ein richtiges mechanisches Spiel. Was halt wirklich eine Mechanik einbaut, die anders ist, als wenn ich was anderes spiele. Was hier sehr vermisst, sich sehr selten findet bei Age of Wonders. Also gerade mit Evolution und hier mit Nekoman-T spielt man halt sehr spezielle Mechaniken aus. Wobei Nekoman-T da auf jeden Fall gewinnt. Ihr kriegt halt Seelen. Seelen könnt ihr ausgeben, um ihr Skelette zu beschaffen. Ihr könnt da jetzt Fernkämpfer, Nahkämpfer mit Schild, mit Spieke und Kampfmagier holen. Richtig cool. Ja, dann haben wir eine AOE-Explosion. Die kann sein Zombie einer töten und dann kriegst du halt Schaden drumherum. Und da wird man vielleicht noch verwesen. Auch ganz nett. Ehrlich gesagt benutze ich aber eigentlich nur das da und Nekoman-T. Nekoman-T, kommen wir gleich zu. Dann haben wir hier einfach ein bisschen Schaden, auch wieder Verwesung. Und wenn er stirbt, das ist ganz cool. Wird er zum verwesenen Zombie. Seelensammlung habe ich selten benutzt, weil ich finde man kann auch sowieso genug Seelen bekommen. Aber muss man selber wissen, wenn man gerade Seelennot hat. Aber 30 Versorgung ist schon echt hart. Und Nekotische Magie ist auf jeden Fall gut, wenn er Untot spielt, spielt auf jeden Fall auf Kampfeinheiten. Oder idealerweise, muss nicht unbedingt, aber idealerweise. Weil ihr hier dann nochmal Verwesung dazu bekommt, was eben immer die Heilung verhindert. Und 10 Verderbensschaden pro Runde, was ziemlich cool ist. Ja, und jetzt kommt der Dixe. Wir haben ja jetzt den Nekoman-T im ersten Buch. Und der ist natürlich extrem stark, weil er einfach Untote-Wiederwecken hat. Das heißt, unsere Untote-Leiche wird einfach mit 60% HP wiederbelebt, was natürlich einfach total lächerlich ist. Also ich habe so eine T4-Einheit, die stirbt und Untote ist oder T3 und haut die einfach mal damit wieder ins Leben. Er guckt einfach mal bei mir ins Nekromanten-Let's Play oder das geschnittene Let's Play da. Dann wisst ihr, was ich meine. Das ist halt total geil. Also das ist super cool, dass man den so früh kriegt. Der macht halt natürlich wett, dass er hier keine AOE-Fähigkeit oder sowas hat. Dadurch eben, dass er Untote stärken kann und Untote wiedererwecken kann. Also ein richtig schönes thematisches Buch, ähnlich wie Evolution. Und auch sehr stark. Seelen-Quell gibt halt Seelen. Wir kriegen Mana pro Forschungsposten. Ist ja okay. Unheilige Anführung ist natürlich wieder cool. 10% mehr Schaden und einen Widerstand für Untote-Einheiten. Und Schaffenden-Affinitär haben wir schon drüber geredet. Ja, ist okay. Und Seelen-Enteil ist einfach, ihr könnt Seelen sammeln. Es ist ein sehr gutes Buch. Einfach durch diese Fähigkeit. Nachher könnt ihr wirklich teilweise da 6-7 Einheiten pro Kampf holen. Am Anfang ist es nicht so stark, finde ich, wie später. Also es wird im Verlauf des Spiels immer mächtiger. Aber natürlich ist es schon doch irgendwo auch wieder am Anfang stark, wenn ihr einigermaßen gute Kämpfe besiegen können, oder finden können. Weil ihr denkt dann, hier steht volkspezifische Einheiten. Also ihr kriegt nicht, wenn ihr den Tierreich nehmt und nur Tiere tötet oder Trolle oder sowas, kriegt ihr keinerlei Skelette. Vorsichtig dabei. Deswegen ist es nicht S in meinen Augen, sondern tatsächlich irgendwo A. Denn wie ich sagte, man muss immer auch so ein bisschen situativ, ups, so situative Sachen angehen. Denn wenn ich natürlich eine Map habe, wo ich dann keinerlei volkspezifische Einheiten finde gegen mich. Ja, dann bringt es mir auch nichts. Klar, ich kann direkt die anderen Leute angreifen, aber eigentlich mache ich das ja erst, wenn ich meine Horden schon versammelt habe. Ja, und das wäre so das Erste gewesen. Das hat ja schon wieder viel zu lange gedauert. Aber gerade die Ersten sind natürlich auch sehr hart, weil man halt von Anfang an überlegen muss, was ist mein Start. Und danach bin ich jetzt so ein bisschen gegangen, was bringt mir den besten Start. Ob ich dann das zweite Buch, vielleicht würde ich sagen Alchemist, als zweites Buch finde ich schon wieder viel schlechter. Also ein Alchemist ist halt einfach, es ist halt allround, obwohl da schwächere Zauberer drin sind, einfach so cool durch die Forschung, was ihr da bekommt. Ihr könnt relativ einfach 22 Forschungen kriegen pro Stadt. Das ist einfach total krank. Was ihr natürlich auch bei gewissen anderen bekommen könnt, die wir ja auch erwähnt haben. Aber dafür haben die halt zum Beispiel keine Quälerin dabei, die sehr stark ist, sehr coole Fährkrafteinheit ist. Ich meine, im Prinzip könnte man natürlich auch sagen, gehen alle S4 die ganzen Sachen und dann ist er auch mit da drinnen. So ist es jetzt nicht, aber ich finde irgendwie, das fand ich schon das Beste vom DLC. Also es ist auch das Einzige, was ich immer benutze, weil ich sage, das macht mir sehr viel Spaß. Könnt ihr mal sagen, was ihr so meint. Und wir sehen uns dann beim nächsten Büchern wieder. Haut rein.